Ab geht was Leute, yo! Und herzlich willkommen, neues Video. Was? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Und wenn ihr euch fragt, was das gerade eben war, wir spielen heute nämlich eine Upside-Down-Death-Run-Map. Deswegen habe ich auch gerade rückwärts geredet, weil einfach die ganze Map falsch rum ist. Ah, Bruder. Und heute haben wir mal den lieben Weakness mit am Start. Was geht ab, Habibi? Was geht, Habibi, Digga? Heute mal ein Duo-Death-Run, Digga. Ich würde sagen, eigentlich braucht man hier gar nichts erklären, die Map ist einfach falsch herum, also wir sind auf dem Kopf. Deswegen würde ich sagen, Bruder, gib ihm, wir starten direkt mit Level Nummer 1. Bruder, ist Map-Bow auf Kopf gefallen oder war auch falsch? Oh, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Da kommen Fallen raus, Digga, weil ich habe die ersten Level schon ein bisschen getestet. So, aber ab hier weiß ich echt gar nichts mehr. Oh mein Gott, da sind nochmal welche. Kann man hier nicht einfach durchlaufen? Nee. So, okay, und durch, Digga, Level 3. Pass auf, Digga, pass auf, pass auf, pass auf. Lass hier ruhig machen. Ich würde echt sagen, Digga, wir müssen uns hier ein bisschen erstmal umschauen, weil am Ende rennen wir einfach direkt in irgendwelche Fallen rein. Hier ist, ah, Bruder, du musst dagegen springen. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, nein, 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 äh, 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 okay. Hä, ich habe es, Bruder. Egal, es ist, ne, äh, oh. Was hast du gerade für Schwierigkeiten, war das voll easy. Bruder, das habe ich gerade unnormal verwirrt. Ich gehe in irgendeine Falle rein, da war einfach keiner, da hat es keiner ausgelöst. Hä? Ja, keine Ahnung, Digga, egal, ich glaube, jetzt habe er... Oh, tschüss. Oh, Junge. Was war das? Bruder, ganze Geschirr rumgeflogen auf einmal. Ich mache jetzt ruhig. So, dagegen, dagegen, ich bleibe da jetzt bei, so hier, dann wieder in die Mitte. So, ich muss immer dagegen stoßen, dann kann nichts passieren. Und, ich habe es. Egal, das war easy. So. Und hier einfach durchswipen, Digga, einfach schnell durch. Oh mein Gott. Ah! Bruder, nein, nein, Bruder. Nein, Bruder, bewegt dich, geh weg. Nein, Bruder. Geh schneller. Mann, du, du 1,30er. Weißt du was, Digga, ich mache jetzt einfach auch ganz schnell. So, ohne viele Faxen, da, Junge, verpiss dich leider, ich klatsche euch alle gleich. So, jetzt habe ich hier noch 50 Leben, ich schaffe das. Bruder, geh weg. Bruder, geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich habe doch gar nichts gemacht. Trotzdem bist du schuld. Okay, Digga, ich mache jetzt Rocky Balboa. Kennst du? Nein. Pass auf, pass auf, pass auf. Ja, wer kennt den noch? Muss man nicht kennen, weißt du? Komm. Komm. Geh doch bitte vor dem letzten kurz in Deckung lang. So, weißt du was, Digga, ich mache jetzt direkt 17. Ich warte jetzt immer, bis meine Eisfallen weg sind. So, jetzt Eisfallen sind weg, Digga. Jetzt kann ich die aufschille, ich die Fallen auslösen, durchsprinten. Geh weg. Bruder, mach Platz. Spring doch. Geh weg, Bruder. Hau ab. Komm. Bitte. Ja. Gott sei Dank, Digga. 10 AP. Okay, Leute. So, wir sind weiter beim nächsten Level. Ja, hau rein, Bruder. Klecks Level, unser Lieblings Level. Was ist hier? Würdest du gar nicht sehen. Oh, hör doch auf. Müssen wir runter oder hoch? Go up. Okay, das heißt, wir müssen runter. Ja, wir müssen runter. Also, würde ich sagen, Digga, man kann auch safe bis dahinten hinspringen, oder? Kann man? Ja, ja, geht. Probi aus. Halt's Maul. Nein, du Laber. Halt's Maul. Ey, Mann, ich bin schon wieder. Komm, komm, nice. So, geht doch, Digga. Aufkorrekt, Digga. Ich probiere jetzt einfach hier auf die Fallen. Okay. Das geht, Digga. Das geht. So kann man das Spiel ein bisschen jinxen. Dann vielleicht hier drauf. Okay. Und jetzt einfach schnell durch, ohne zu stoppen. Nein, nein. Ey, aber ich weiß ungefähr, wie es funktionieren kann. Okay, Leute. Ich glaube, wir haben den Trick gefunden bei der ganzen Map, wie man hier weiterkommt. Wir hängen hier schon locker 15 Minuten dran. Ja, okay. Bruder, kann es vorgemacht. Okay, Mann. Wir sind doch nicht geschlafen. Wir sind beide geschlafen. Okay. Bruder. Ja, Habiby. Ich muss ehrlich sagen, du hast das Level richtig gut geschafft, Digga. Danke, Habiby. Du hast das kreativ geschafft. Müsst du nicht auch? Ach so. Aha. Ja, nee, Digga. Aufkorrekt, können die vergessen. Aha, guck mal. Ich habe Falschgelenkt. Dingens, warte. Du musst hier hin. Hey. Dings, Bruder. Wir haben Stage geschafft, ja. Haben wir? War voll easy, ja, Mann. Fast try, Bruder. Laber, Digga. Okay. So, Level 6. Ah, 6. Okay, ich dachte, Level 9, Alter. Dann würde ich sagen, Leute, können wir jetzt wieder anfangen, die ganzen Level normal zu machen, außer es kommt wieder so ein ekliges Level, Alter. Wo müssen wir hin? Nach oben. Ach so. Mit Eis nach oben? Euer Ernst? Hier ist Checkpoint, Bruder. Du hast auch kein Eis. Wie, ich hatte kein Eis. Ja, Bruder, ich habe es bekommen, du nicht. Brr. Ja, Bruder, war easy, das Level. So. Okay, Leute, jetzt Speed durch. Komm. Und. Ja. Okay, das war echt nicht so schwer. So. Okay, hier ist echt easy, Digga. Bruder, das kommt nicht draußen, ja. Tut weh, habe ich gehört. Ja, ich. Au. War jetzt aber ohne Scheiß. Wer denkt sich so eine Kacke aus, Alter? Bruder, ich bin kreativ. Auch korrekt. Ich habe das noch nie vorher gesehen. Ja, ist auch kreativ, aber dann muss man das auch nicht so eklig machen, wie gerade eben, Alter. So, aber hier ist. Ich war so kurz davor. War ja, mein Narain. Nein. Ich wollte doch einfach nur Fortnite spielen, mein Narain. Ich wollte doch einfach nur geile Map machen. Ich schwöre ihr. Und dann kommt so ein Scheiße. Ah, Aua, mein Kopf. Ich glaube, ohne Scheiße, wenn man hier einfach konzentriert macht, Digga, nicht diese schnell, schnell. Dann packt man das eigentlich easy. Denkst du? Ja, oder ich hoffe. Ah. Joga, geh doch nach vorne. Digga. Bitte stirbt nicht jetzt. Ah, Mann, ich rass gleich aus, ne? Der geht da nicht rein. So. Warte. Wie mache ich das jetzt, Burak? Was? Oder wie mache ich das jetzt? Hä? Wie komme ich rüber? Oh, wir müssen einfach... Warte. Ich springe einfach jetzt. Komm. Ja! Okay, ich habe es, Digga. Komm jetzt her, Digga. Ich gehe mal gucken, was Level Nummer 8 ist. So, Leute. Und Level Nummer 8 ist natürlich wieder mit Eisfallen nach oben laufen. Digga, wie soll das gehen? So, okay. Und dann einfach durchlaufen, oder was? Hä, ist ja voll easy. Und das... Oh. Nein! Oh! Oh, okay. Ich glaube, ich checke jetzt, was das Schwierige hier dran ist. Achmed macht cheap. Hahaha. 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 Und der Burak ist auch bei Level 8 und er würde jetzt sagen, komm Gibi, wir machen jetzt weiter. Aber glaub mir, Digga, hier ist eklig, Alter. So, jetzt hier langsam um die Kurve. Die Sache ist, man muss es auch schnell machen, weil Leute, man verliert die ganze Zeit Leben vor dem Gift und ich bin tot. Nice. Burak, ich schaffe nicht mal das. Also Burak, ey, nimm mal das ganze Eis weg. Hast du? Komm, Spritze. Ja! Ich habe kein Eis. Okay, ich kann ziehen, ich kann ziehen, ich kann ziehen. So, aber jetzt muss ich wieder Eis kriegen. Ne, doch nicht. Doch nicht. Ich kann ziehen. Komm. Komm. Hahaha, Bruder, wir dribbeln das ganze Level. Hä? Digga, das geht gar nicht. Nice, Dribbel hab ich. Bruder, das geht nicht. Ich hatte, ich hatte nicht mal Eis, Digga, und bin trotzdem gestorben. Äh, hier sind auf einmal Bauarbeiten passiert, ja? Ach, ah, Bruder, du hast nur schlimmer gemacht. Ah, ne, doch nicht. Okay, komm. Bruder, für dich habe ich easy gemacht, aber ich komme wieder hoch. Komm, komm, zieh durch. Digga, komm. Bruder? Ja? Zieh durch. Aber pass auf, Digga, Level ist auf einmal schwieriger geworden. Achso, ey. Komm, beeil dich. Beeil dich, Bruder, beeil dich. Mach schnell. Ja, Bruder, ich sterbe. Uuuuh. Die Fallen, Digga, die Bummsnutz. Digga, die Fallen, die Fallen. Okay, wir haben es geschafft, Digga. Level Nummer 9. Und jetzt haben wir hier einen Dropper. Hä? Oder wie sollen wir den schaffen? Kann ich fliegen? Nö. Ah, hier. Ah. Aha. Meint der das ernst? Ist es das, was ich denke? Ah, ne, das ist nicht so schwer. Das ist so auf chillig, weißt du? Ja, Mann. Haben wir nachholen, Digga. Was ist das für eine Map, Mann? Jetzt mal ohne Scheiß. Eigentlich wollten wir einfach irgendeine chillige, einfache Map spielen. Auf einmal haben wir wieder Rambo, seinen Ohronkel bekommen, Alter. Bruder, was erwartet der hier von uns, Mann? Bruder, ich sag auf korrekt. Der erste Sprung ist easy. Der erste ist auch easy. Wenn ich den schaffen würde. Aber ich schaff den nicht. Junge. Wie war das nochmal mit dem easy? Ja, so, jetzt bin ich da. Jetzt müssen wir nur abchecken, Digga. Wo ist das Loch über uns? Da, wo die Löcher hier... Ne, das ist voll komisch gebaut, ne? So, ich bin wieder beim nächsten, okay. Dann müssen wir jetzt observieren. Wo muss ich hin? Da, nächstes Level, Digga. Okay, ich glaube, gerade habe ich ein bisschen den Hasen raus. Dann zack. Ah, komm, Mann, Räum. Neuer Versuch. Oh, ich bin sogar zwei Level hochgesprungen. Und hier hinten haben wir Level Nummer 10, Digga. Okay, das war easy. So, und bei Level Nummer 10 haben wir... Was ist das? Bruder, wie sieht es aus? Ey, Bruder, warte, ich mache diese Level gerade First Trail, wenn du sehen würdest, ja? Ey, Junge. Du bist nicht krank, easy, Digga. Okay, warte mal. Oh, ey, ich liebe Mimps, wo man bauen kann, ne? Ich schwöre, Death Fronts, wo man bauen kann, ist aber das Beste, Digga. So, jetzt kriegen wir hier bitte Eisfallen. Wir brauchen Eisfallen. Hä? Wie soll das gehen? So. Hä? Hä? Ah, Bruder, ich weiß, ich weiß, ich weiß, wie man Eisfallen kriegt. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Achso. Ja, ne? Trink 17. So, Bruder, gönn dir. Du zuerst. Du zuerst? Nein, mach du zuerst. Mach doch du zuerst. Ich will nicht. Ich will auch nicht. Ja, ich hab das gehört. Mein Lippo. Fuck. Junge. Ja, wie kriegt man denn sonst Eis da, bitte? Herr Bruder, gar nicht. Du musst das irgendwie anders machen. Nie im Leben ist es ohne Eis. Ah, ich hab's. Hä? Man muss irgendwie so dagegen springen. Muss man. Okay, doch nicht. Komm, gönn mir Eis, Bruder. Gönn bitte. Gib ihm. Ich hab Eis. Halt's mal. Loll. Okay. Digga, wir haben das Spiel gejinxt. So. Nein. Du hast das Spiel gemacht. Nein. Ich hab's, Bruder. Hast du's? Oh, Loll, was? Okay. Okay. Ja, auf jeden Fall, Leute, würde ich sagen, haben wir dann somit wirklich die Map auch zu Ende gespielt? Zum ersten Mal haben wir in Death Front bis zum Ende gespielt, was eigentlich gar nicht geplant war. Zum letzten Mal, danke. Ja, auch zum letzten Mal. Leute, wenn ihr mehr Death Front sehen wollt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ihr könnt dem Video auch gerne, ich weiß nicht, irgendwas anderes mitmachen, ist mir eigentlich egal, Leute. Wir sehen uns auch morgen wieder bei dem neuen Video vom Kanal. Macht's gut, Leute. Folgt mir auf Instagram und abonniert auch Brudags Kanal. Peace. 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 Peace.